Hallo, mein Name ist Karolin Vogel. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Atem- und Traumatherapie. Immer wieder bin ich mit dem Thema konfrontiert, sowohl in meiner Arbeit wie auch im Zusammenleben mit den Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie, dass ich merke, dass es unglaublich schwierig ist, die Verantwortung für das eigene Tun, für die eigenen Gedanken, für das eigene Handeln zu übernehmen. Eigenverantwortung, eigenverantwortlich handeln, selbstbestimmt handeln, selbstbewusst denken und leben. Was ist für dich? Eigenverantwortung. Ertappst du dich vielleicht auch manchmal, dass du denkst, ja hätte sie das nicht so gemacht, wäre es für mich jetzt viel einfacher. Oder hätten meine Eltern das damals anders gemacht, könnte ich es heute auch anders machen. Oder dass du bemerkst, wie leicht es wäre, wenn du dich unwohl fühlst, dieses Unwohlsein einfach auf andere abzuschieben. Zu bemerken, ja nur weil die Frau an der Kasse heute so unfreundlich war, deshalb geht es mir jetzt schlecht. Oder wahrzunehmen, weil ich heute Nacht nicht so gut geschlafen habe, ist heute der ganze Tag beschissen. Vielleicht hast du ähnliche Gedanken, vielleicht hast du ähnliche Wahrnehmungen und oft ist es leichter, diese Vorgänge, diese Abläufe bei anderen wahrzunehmen als bei sich selbst. Und trotzdem ist das der erste Schritt, zu sehen, wie viele Menschen in deinem Umfeld und auch in meinem Umfeld sind, die sich gerne um die Verantwortung, ich möchte fast sagen drücken, die gerne abgeben, um nicht selbst tragen zu müssen, was sie ausgelöst haben, was sie entwickelt haben, was sie dazu beigetragen haben, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Die Frage ist ja eigentlich, was ist daran so schwierig? Wenn wir was Tolles gemacht haben, wenn wir als Gewinner aus einer Situation herausgehen, dann ist es doch viel leichter, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Zu sagen, ja klar, ich war das. Ich habe hier was Gutes getan. Ich habe hier den Erfolg gebracht. Ich habe hier viel Geld verdient. Ich habe hier viel Liebe gebracht. Ich habe hier Freude in die Familie gebracht. Ich habe hier den Sonnenschein hereingebracht. Wenn wir so etwas produzieren, wenn wir so etwas auf den Weg bringen, fällt es uns leicht, die Verantwortung zu übernehmen und sagen, ich, ja ich, ich habe das getan. Weil wir wissen, weil wir fühlen, weil wir denken, weil wir meinen, dann werden wir geliebt. Dann werden wir anerkannt. Dann gehören wir dazu. Aber wie ist es und denk mal nur an Kleinigkeiten, wenn du am Tisch bei einer Einladung ein Glas umschüttest und es ist vielleicht Rotwein und er geht auf die weiße Tischdecke, wie unangenehm sich das anfühlt zu sagen, ich war das. Tut mir leid. Oder wie unangenehm es überhaupt ist, zuzugeben, ich war es und es tut mir leid. Weil der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wenn ich etwas tue, was nicht gut war, was nicht richtig war, was nicht zuträglich zu einem nächsten positiven Schritt war, dass wir dann nicht mehr dazugehören, dass wir außen sind, dass wir unbeliebt sind, dass wir nicht wieder eingeladen werden, nur weil der Rotwein umgefallen ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Diese Gefühle, wenn wir nicht zu uns stehen, beschäftigen uns oft viel mehr, als zu sagen, dass es mir gerade passiert und es tut mir leid. Weil oft sind die Dinge, zu denen wir nicht so leicht stehen können, auch gar nicht die Dinge, die wir, wenn wir gut bei uns sind, wirklich tun würden. Manchmal geschehen die aus dem Effekt heraus. Manchmal geschehen solche Situationen aus einer Überlastung, aus einer Überforderung, aus einem Nicht-Bei-Dir-Sein. Und genau darum geht es eigentlich. Wenn du bei dir bist, ist es auch viel einfacher, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Dein Handeln zu regeln, dein Handeln zu steuern und danach auch sagen zu können, ja, das habe ich veranlasst, das habe ich getan, das habe ich getragen, das habe ich verursacht. Und wenn du bei dir bist, kannst du, glaube ich zumindest, viel öfter stolz darauf sein, viel öfter dankbar dafür sein und viel mehr mit dir in Verbindung sein. Aus deinem Herzen heraus zu handeln und dann auch dazu zu stehen. Das ist das, was ich dir und uns allen wünsche. Und das Thema Eigenverantwortung hat ja nicht nur mit dem zu tun, was in Zukunft da ist, sondern genau jetzt im Moment. Ich möchte dich einladen, dass du dir bewusst wirst, dass alles, wie dein Leben heute gestaltet ist, aus deiner eigenen Verantwortung so geworden ist. Du hast die Arbeit, zu der du dich entschieden hast, die du dir ausgesucht hast. Und vielleicht kommt jetzt ein Teil in dir, der sagt, so ein Quatsch, ich musste dir halt nehmen. Ja, dann nimm das wahr und komm wieder zu dir zurück und spür diese Verantwortung in dir. Du hättest auch Nein sagen können und es gibt immer andere Möglichkeiten. Du hast das Umfeld, das du dir geschaffen hast, sowohl mit deinen Gedanken als auch mit deinen Taten. Und ich möchte dich einfach dazu auffordern, mal zu überprüfen, mit welchen Bereichen in deinem Leben du wirklich glücklich bist, wofür du wirklich brennst. Und auch wenn du vielleicht jetzt noch nicht sofort die Möglichkeit hast, etwas zu verändern, sei es aus der Beziehung rauszugehen, die dich schon seit Jahrzehnten nicht mehr glücklich macht, wo du immer wieder bemerkst, wie du unter Freunden sagst, ja eigentlich wirklich Lust habe ich eigentlich nicht mehr, in dieser Beziehung zu sein. Oder sei es in dem Job, den du gerade machst und einfach bemerkst, okay, jetzt gerade brauche ich das Geld noch. Jetzt gerade habe ich keine andere Möglichkeit, aber offen dafür zu bleiben und sich weiter dafür zu öffnen, wirklich das zu finden und dran zu bleiben, bis du das gefunden hast, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, wo du dieser Welt einen guten Beitrag leisten kannst, wo du sagen kannst, das macht für mich Sinn, wo du gerne die Verantwortung dafür übernimmst. Sich dafür zu öffnen, sich dafür Raum zu geben und immer wieder neu sich auf den Weg zu machen, das wünsche ich dir. Und ich freue mich riesig, wenn du es schaffst. Danke dir. Carolin Vogel Danke dir.